Plötzlich ist der ganze Druck von mir weggefallen. Ich konnte mich fast nicht mehr bewegen. Also warte jetzt mal schnell, liebe Tod. Darf ich mich von 2000 auf 5? Ja, 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 ja. Der Lutschberg-Tunnel ist durch Bord geworden. Und der erste Flug der A380 ist auch ein bisschen an mir vorbei. Und das erste Wireless-Tablet. Super. Roger Federer wurde zum europäischen Sportländer des Jahres gewähltes. Yes, yes. Ja, das war eigentlich auch ein bisschen ein Ausläufer. Historisch in der Band war es so, dass es natürlich... Auf der einen Seite hat eine neue Definition stattgefunden mit dem Treibgut. Es kam eine neue Geschichte in die Bewegung zu laufen. Aber wir waren immer noch etwas konfrontiert mit dem, dass es natürlich Einzelne in der Band, die die Schritte nicht unbedingt wollen mitmachen. Die wollten nicht unbedingt, dass es wirklich eine andere Band wird. Und unter diesen Vorzeichen ist das Album auch gestanden. Aber ich kann mich gut erinnern, wir sind am Schluss in Rom gelandet. Im Studio von Mimmo Locasciulli und Francesco De Gregori. Und haben dort einen Mix gemacht. Und das war für mich etwas vom Intensivsten, das ich erlebt habe. Ich habe wirklich am Schluss des Albums das Gefühl gehabt, ich verliere alle meine Kraft. Ich sei erschöpft auf alle Ewigkeiten. Und ich war emotional erschöpft und unglaublich traurig nach dieser intensiven Arbeit. Und ich bin dort in Rom, in diesem Haus von Locasciulli im Garten abgehangen. Und ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und das Album war so für mich intensiv. Ich denke an so Sachen wie schlechte Verlierer. Und es waren so intensive und wichtige Geschichten für mich. Und das Album ist total gut geraten und plötzlich ist der ganze Druck von mir weggefallen. Ich konnte mich fast nicht mehr bewegen. Und Locasciulli, der eigentlich ein Arzt ist, hat mich so angeschaut und gesagt, ich weiß was das ist, was du hast, das ist ein Flashdown. Man sagt dem, ein Flashdown. Ah ja, ist wahr. Und genau hat sich das so angefühlt wie ein Flashdown. Auf jeden Tag. Und dann sind wir mit diesem Album auf die Tournee gegangen. Das war für mich eine recht schwierige Zeit. Weil dort hat es eigentlich angefangen, dass der Bäs Steiner, der von Anfang an in dieser Bände war, von der ersten Minuten weg, der hat sich immer mehr verabschiedet. Der hat seinen Platz nicht mehr gefunden in diesem neuen System. Und es war sehr schmerzhaft für mich. Ich konnte damit nicht gut dealen. Einfach zu sehen, dass jemand den Tritt nicht mehr fängt in die Bände. Aber auch nicht akzeptiert, dass es irgendwie weitergehen soll. Das sind schwierige Geschichten. Und der erste Step war natürlich nach dem Honigmelonen-Mond, nach dem Soloalbum, wo Resli, Bubble und Fruschi ausgestiegen sind. Das war für mich wirklich ein Schock. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Das hat mich sehr nachgenommen. Und dann ist auch der Bäs ausgestiegen. Und das war dann wirklich der Drei. Dann bin ich der Letzte von dieser Bände, die angefangen hat. Und das ist noch ein spezielles Gefühl. Auf der einen Seite nimmt die Öffentlichkeit wahr, als eine Bände, die immer schon da ist. Oder irgendwie seit 1991 sind die Ochsen hier in der oberen Liga. Und das ist ... Plötzlich, 2005, 2006 stehst du hier und du bist der Letzte, der gestartet ist. Alle anderen sind gegangen. Und das war schon noch das Trage für mich. Und das war der Anfang für mich. Zum Beispiel nach all diesem privaten Traurigen eigentlich, und letztlich hatte ich eine unglaublich kreative Phase. Ich habe wahnsinnig viel Stoff geschrieben. Das gab dann drei Albums. Das war die Trilogie, die bei den 3-mini-Flasten angefangen hat. Und das ist aber alles zusammen steht auch in diesem Kontext von dieser Liebe, Tod und Tüfel-Geschichte, wo einfach ... Ja, wo die Band noch einmal richtig auf den Kopf gestellt hat. Wir hatten immer so unglaublich viele sonnige Tage mit Ochsen. Und wir hatten halt einfach die Verregneten im Rock. Und das liegt in der Natur von Sachen, wenn eine Band so lange unterwegs ist und sich bewegt. Mit 25 Jahren Bandgeschichte gibt es natürlich schon das eine oder das andere, die aus dem Ruder läuft. Nicht zuletzt ich selber. Das ist super, oder? Die Zeit ist auf der Flur. Es ist mehr vorbei, als noch wird kommen. Der Sommer schleicht davon. Und da kannst du noch sein Sech kommen. Und dann ist die Zeit, wenn sie sich die Zeit mal wieder weißen Sech. Und da kannst du noch nicht in der Schule. Und dann ist die Zeit. Vielen Dank.